Muss ich auf eine Rente keine Steuern zahlen, nur weil ich ein Grad der Behinderung von 30 habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe am Samstag, den 21. Oktober 2023 zum späten Nachmittag eine Mail bekommen auf anfrage-at-rentenbescheid24.de. Ich lese es mal vor, was der gute Mann von uns möchte. Guten Tag, ich habe eine Frage. Man erzählte mir, dass wenn man einen Grad der Behinderung hat, zum Beispiel 30, braucht man keine Steuern zu bezahlen. Stimmt das? Ich würde mich über eine Antwort freuen. Mit freundlichen Grüßen, Namen nenne ich natürlich nicht und so weiter. Meine Damen und Herren, diese Frage kann man pauschal weder mit einem Ja noch mit einem Nein beantworten. Mit einem Ja kann ich sie deshalb nicht beantworten, weil ich den individuellen Sachverhalt, der dahinter steht, das heißt also die Rentenhöhe, der Beginn der Rente, der individuelle Rentenfreibetrag, nicht kenne. Also könnte man hier gar keine Frage finden und Nein kann ich auch nicht beantworten. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, Nein, Sie müssen keine Steuern zahlen, weil ja vielleicht durch eine entsprechende Steuervorausberechnung sich genau das Gegenteil ergeben könnte. Aber was ich definitiv weiß, ist, dass der Grad der Behinderung von 30 einen sogenannten Sonderpauschbetrag für die Steuerausweis, das heißt also, wenn Sie den Grad der Behinderung von 30 haben, können Sie das bei der Steuererklärung für das Jahr 2023 zum Beispiel im Jahr 2024 beim Finanzamt angeben. So und dann ergibt sich möglicherweise hier eine geringere Steuerlast, wenn Sie zum Beispiel aus Ihrer Rentenleistung heraus dann Steuern zahlen müssen. Also meine Damen und Herren, pauschal kann man eine solche Frage in keinster Weise beantworten. Man kann nur orakelen letzten Endes. Man kann nur sagen, wie ich es hier gerade gesagt habe, ja, der Steuer, also dieser, der Grad der Behinderung von 30 gibt einen steuerlichen Vorteil. Ob er dann auch tatsächlich greift, ist noch eine völlig andere Frage. Also meine Damen und Herren, bei solchen Fragestellungen bitte nicht so vage bleiben. Gehen Sie einfach zu Ihrem Steuerberater oder machen Sie bitte über Visu eine Steuervorausberechnung. Dann können Sie sozusagen Ihre Frage selbst beantworten über das Steuerprogramm von Visu. Geht das wirklich wunderbar einfach? Einfach Ihre Daten eingeben und dann eine Vorausberechnung machen und dann sehen Sie, ob Sie mit dem Behindertenpauschbetrag dann auch Steuern zahlen müssen oder vielleicht sogar gar keine Steuern zahlen müssen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine Rentensteuerstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.